Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Der Führer ist Frank Lange mit seinem Alpha 33. Er hat drei Plätze zurückgeschuft. Auf zwei Rädern Olaf Matern heben um die Kurve. Er will jetzt wissen, er will jetzt in Führung, er will jetzt in Führung, er will jetzt in Führung. Frank Lange, sie will sich hier gerne zu bewegen, Thor, Dietmar Steinmeier. Und dann als dritter Abgebot, aber nicht gewertet ohne Führung. Wie gesagt, er hat ja hier eine Vermahnung erhalten, drei Schwestern wird er dadurch zurückgeschuft. Der ist also in Führung, vierer, vierter, vierter, fünfter, drei, vierter, vierter und der sechste.